Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zu einer neuen Folge TDD hier bei Atterboom wahrscheinlich und bei allen anderen die aufnehmen, ich weiß jetzt gerade nicht wer alles, mit dabei sind der Irex, Queen of Madness, der Earthquark, Chrisgold, Quarkquark, Teddygun, Moin Moin, Flutterfighter, natürlich der Atterboom, Kasumila, oder wie man dich auch spricht, und Stevie, ja und mein Name ist Scrawl und ich bin hier wieder neu in der Gruppe, das heißt ich muss mich hier jetzt wieder komplett eingewöhnen an die Leute hier und erstmal alle töten habe ich gehört und die Rolle ist hiermit freigegeben, ja klar auf jeden Fall, meine Waffe ist leer, warum ist meine Waffe leer, ist deine Waffe jetzt schon leer? Ja, wie hast du das denn gekriegt? Die Waffe hat jemand leer geschossen und wird dann getroppt Was ist mit mir? Ich habe meinen Namen gehört, ich weiß nicht weswegen Okay, einer ist schon tot, Leute Ja, scheinbar Der Frosch ist tot Wo, wo ist denn der Frosch? 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 Wo ist die Leiche von Frosch? Ganz schnell aus dem Wasser raus Wieso? Der Raum läuft auf mich zu Warte mal, war doch nicht Dass jemand gerutscht Ich bin gerutscht, ja Nein 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 Jetzt aber auch Äh, der Pool geht zu Wird das Licht dunkler? Pfff Nice Määäh Ja, ich habe es gemerkt gerade Nein 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 Äh, du wolltest mich schubsen? Ja Merke ich mir, äh Au Da oben ist jemand gestorben Katsu Mida mit KZ Der Kerl Mit KZ, okay Reicht doch, wenn man nur Katsu ruft Katsu Ehrlich der Däte Alter, Menex Menex Katsu ist auch tot Katsu ist auch tot Beim Confirmen gestorben Hier liegt eine Leiche Eine tolle Leiche Ne, jetzt lebt man Auf mich wurde gerade geschossen mit einer Sniper Mann, warum Brawl war Traitor Wow Alter, wo kam das jetzt her? Äh Hä? Kaffee 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 Wer lebt denn noch? Hallo? Hallo? Dann steht die Halt auf jeden Mir auch egal Den da zum Beispiel Ey, lass mir Ruhe Hallo? Lass mich noch in Ruhe? Nein. Von wem war der Boom Buddy, den ich ungewollt betätigt habe als Traitor? Ich hab die Waffe vorhin leer gemacht. Ja, ich hab's gemerkt. Aber ihr habt euch alle so schön da oben aufgestellt, dass ich euch mit der Sniper alle nacheinander wegholen konnte. Das Schöne ist, ich hab zwei Leute mit der Double Barrel wenigstens erledigen können. Die Sniper ist einfach OP. Sorry, dass du der erste Kill warst, nachdem die Runde offen war. Wer hat letztes, Teddy, du hast ziemlich Glück, dass ich dich mit der Dual nicht gescheit getroffen habe. Ja, das hab ich gemerkt. Aber ich hatte nicht mehr viel. Ich hab mir nämlich überlegt, warte mal, sind das die Duals, die wir früher hatten oder die Duals, die wir jetzt haben? Weil... Was hast du da? Und das sind halt nicht die... Die Schnellfire Duels, das ist nicht so geil. Auf Ponys schießen, weil die Scheiße sind. Die sind nicht so... Auf Ponys schießen, weil sie scheiße sind, okay? Das ist... Die Todesurteil, das weiß ich gar nicht. Jetzt hast du... Das ist verkackt. Das ist verkackt. Auf Feinde. Wie kann man nochmal sprayen? G. G. Wer weiß, dass du... In dem Moment sprayen einfach mal alle. Green schießt einfach mal Earthbreak ab. Ich hab kein Spray-Logo. Der Green ist Green Traitor, ne? Du hast gar keins? Nö. Also ihr habt keine Green. Warum? Weil die Earthbreak getötet hat, laut Mikos Aussage. Und Mikos dann abgebogen hat, im Satz. Was ist denn nur diese Riffle? Also ich würde auch kurz sein. Also ich würde auch kurz sein. Ich würde auch einen 7-Hunder-Ping. Ich kann mich grad nicht bewegen. Was ist denn mit seinem Ping auf einmal... 900... Was ist denn auf einmal los? 1.000er-Ping. Und der ist weg. Ah ja, okay. Und... Und... Tschüss dann. Was willst du hier? Ne... Ich will einfach nur ein bisschen Aufmerksamkeit. Stell dich mal bitte vor... Geh mal da vor den Automaten hier, bitte. Denkst du mich davon? Ha? Denkst du mich etwa dahin, das zu machen? Ja. Komm, geh mal hin. Was war denn auf einmal... Was ist mit deinem Internet los, Atta? Was ist mit deinem Internet los, Atta? Schießt auf mich. Was ist mit deinem Internet los? Du kommst noch gelagged im TS-River. Ich hab einen Trader gemacht. Ja. Ahem. Atta? Bist du wieder da? Ich hoffe. Ja, jetzt. Du klingst ganz gut jetzt. Dein Ping geht auch gerade runter, wenn ich mal so schau. Ja. Ja, sieht gut aus. Also erster Trader hab ich schon gemacht. Oh, ich hab einen Ping von 5. Wann hab ich den besten Ping? Ich bin der mit dem besten Ping gerade. Ich bin das. Ich bin das. Hast du deine Ecke gemacht? Alter, was ist denn ich wünsche? Ja, ich hab den Trader weggemacht, Atta. Atta ist es. Fine. War es. Ach, Atta versaut doch alles. Ja, Alter, ich mache, wenn ich keinen Ping hatte. Man kann nach der Runde noch töten. Ja. Okay, weil ich wurde gerade mehr auf die Töte. Ich hab schön gesprungen. Hatta, hab ich dir echt einen Saug auf der Runde gepasst? Ja. Krass! Der mit 904 Karma kriegt mich down. Was zum Henker? Ja. Alter. Jetzt los. Okay. Ich fäng ich jedes Mal diese Waffe ein. Okay. Und ein bisschen Leimöl. Ja, das macht mich stark. Du hast... Du magst gerne singen, oder? Nein. 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 Wo ist der? Ich seh ihn nicht. Der war auf mich, oder? Ich seh ihn. Ach, da in dem Gang ist er. Alter. Da bin ich gerade gelaufen. Atta laggt wieder ein bisschen. Ja. Will jemand die Plasma? Ich will sie nicht. Scheiß drauf. Dann werf sie weg. In deine Richtung so, ne? Chris Gold hier. Boah, Alter. Chris... Oh, Chris Gold ist Trader. Chris Gold ist Trader. Der hat ne... Der hat nen Melon Launcher auf mich abgefeuert. Okay, wo ist er? Quatsch. Quatsch, sagt er. Wo ist Chris? Bei mir hier, bei den Umkleidern. Oh, oh. Ich brauch meine Waffe. Oh, wer sterben. So. Eric ist der andere. Ich bin ein. Ich kam aus dem Traitor-Raum. Ja. Jetzt muss ich schnell gucken, ob ich Chris finde. Na! Da hat jemand auf mich geschossen. Ich glaub schon. Ey, komm her. Ich beweise es dir, dass ich keiner bin. Ich krieg aus dem Automaten. Komm her. Dann nimm doch hier. Wir sind unten der Nächste. Ja, er schießt. Eric. Ich hab auf den Automaten geschossen, aber Kopf hoch, ne? Ja, natürlich. Ich komm hier rein. Ja, ich hab so drauf geschossen, weil ich keinen Dings kriege. Links da, weil ich krieg da nicht irgendwas eigentlich. Wir sind nur noch mit rein, ne? Ich dachte. Ne, hallo. Der Automaten geht nur auf, wenn ein Traitor will. Nee, nicht schon wieder. Das ist der Beweis, dass ich kleiner bin. Hallo. Hilfe. Wenn du E drückst beim Pfeil, der drin steckt. Oh ne, nicht die Dinger. Wo seid ihr? Alter, Hilfe. Wir werden Detective. Okay, wurde da was abgefeuert, oder was? Sind mein Hexen unterwegs? Gut, Eric is safe, dann. Alter, Hilfe. Okay, dann, sorry. Kein Problem. Nee, wieder beliebt wurde da keiner. Alter. Da muss einer von euch drei sein. Nee, ich hab ja, äh. Kann mir mal jemand die abschütteln? Warte, wieso ist Eric safe? Nur weil er nicht dabei war? Ich war bei ihm die ganze Zeit. Auf Rollen. Die sind ja ganz woanders. Ja, ah nein. Wenn's aber zwei Traitor gibt. Ja, der eine ist ja schon tot. Ja, Christian ist geholt. Die sind alle hier hinten an der Ecke. War nicht viel Zeit. Guck mal. Oh, komm mit. Hier ist da. Ah. Und hier ist Chris, den ich geholt hab. Okay. Hä? Und wo sind die? Du hast da einen Minehack. Ja. Du hast da einen Minehack. Ja, oder wie die Dinger auch heißen. Ein Hack. Stimmt schon. Dann, dann, wir, wir drei leben noch. Flatterfighter und wer noch? Lebt noch jemand sonst? Ne. Weil wer liegt denn hier jetzt tot? Chris liegt hier, ne? Ja. und Frosch. Atta, Steve, Frosch. Dann fehlt noch Queen. Stimmt. Brawl ist auch noch nicht hier. Ist da oben sonst wieder jemand drauf? dann wird der reich auf jeden fall später dann holen wir die auf jeden fall schon mal und er kann dann kann es eigentlich nur noch scroll sein der täte kann mich aber mal heilen dann kannst du mal sagen wo der ist wo du bist bitteschön bitteschön und wenn sein muss immer ich bock auf matt grötchen traiter raum einer zu den kabinen einer zum raum bitte dann gehe ich zu den kabinen gut einer ist schon von unserem raum das weiß ich nur wüsste welche tür das war relativ mittig hat er schon wieder rausgeflogen platter war traiter fehlt nur noch queen ok die wahrscheinlich im traiter raum kommt nicht raus mach auf queen wir wissen was du da drin ist wasser du musst ja ehren gehen also mir ist kein problem ich klopf mal an klopft 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 nicht weiß auf hier polizei ist hier sesambrötchen öffne dich hab sie gut sehr schön alter hab ich mich erschrocken ey und seitdem an der flammer schon dreimal sich gerettet hier sooo irgendwo kann ich von dir eine schlechte runde jetzt meine güte qualm eigentlich auf hier ich hab gar nichts gemacht das hat er hier nicht 20 punkten der scroll war schon tot ja ich war tot ok war interessant ich hab den ersten traiter gecalled und alles alter mein eigener traiter kollege rennt in meinen schuld könnte vielleicht traiter sein ja du warst confirmed wenn man über zap sehen konnte man hat nämlich sehen konnte aber nein scroll du bist es das geilste war ich hab christus gesehen ich hab nur seinen affen rumlaufen sehen sein was seine waffen ach so du hast nur seinen affen rumlaufen sehen mit just to beaver und mickey jackson mach dir mal ne sniper für mich mach mir den beatet ne alter ne alter ne alter du kleiner sooo soll ich dir in den linken oder rechten hoden schießen Wollen wir rutschen? Wollen wir rutschen zusammen Rutsch ab Alter, warum schießt ihr jetzt schon wieder auf mich? Weil er es kam Weil er es kam Lass mich Ruhe, ich hab Junge in Rucksack, hau ab Weil mir einfach Trigger-happy ist Ja, schon wieder Trigger-happy Achso, Chris. Chris natürlich Ey, du hast mir auch Schaden gemacht, ja? Okay, da ist jemand gerade gestorben Durch runterfallen Wahrscheinlich auf mich geschossen Ich confirm mal schnell Ah, okay, du bist schon hier Die Pool ist closed, sehe ich gerade Okay, also ich bin bei den Kabinen Ich rutsche auch in den Kabinen, die haben es halt rum, deswegen Nicht alle, ich bin bei Squall Hallo Beim Rutschenausgang Okay, ja gut, aber keiner ist beim Traitorraum Gibt's denn nirgendwo irgendwie eine Sniper? Hey, das kann ja wohl nicht wahr sein Dann wirb's aber auch Warum rennst du mir eigentlich hinterher? Ich vertrau dir nicht Vertrau dir auch nicht Ja, warum läufst du mir dann hinterher? Das macht doch voll wenig Sinn Don't play you, bla 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 Chill Ist wieder jemand gestorben irgendwo, oder? Ja, ich hab's gesehen Ich laufe jetzt hier aufs Feld rum, weil der Pool um einer sausten Ich hab's gesehen Wer war's, wer war's? Ich hab Squall gekillt Das Squall war's, der böse Licht Ja, ich hab's gesehen, als ich gerade aneinander kam Okay, dann ist Und er hat Dann ist, was ist dann ist? Und er hat Earthquake gemacht, mit einem Quack Quack Mit einem Quack Quack? Quack 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 Ist er abgeworben? Chris, warum bist du badly wounded? Ähm, weil ich mich äh mit Weil? Teddy, bisschen dualiert hab Achso Aha Und Teddy, lebst du noch? Teddy? Hey, glaub mir hier nichts vor Wie du so läufst So Okay, du machst nichts jetzt Hä? Ich hab ein Earthquake Wieder hier, random So Nein Was hast du gesagt? Nein, das ist auch so Was machst du das? Weil ich's kann Gibt's noch ne Mac-Taste? Ne, nur die Windows-Taste Ok Lebt Green noch? Green lebst du noch? Steve Leiche ist weg Dann Steve Traitor Meinst du, dass ich Traitor bin? Deine Leiche war ja grad eben noch da Ich hab dich erschossen Ach, das sah nur so aus Nee, er denkt dann Nee, wärst du ja tot Hast du irgendwelche Probleme, oder warum? Wo ist... Ah, ich weiß wo, ich seh's schon Bin ich da auch auf irgendwas so hinkommen? Queen, wieso magst du eigentlich schon wieder nicht mit uns reden? Ich... Ich... Okay Äh, ich hoffe du hast übrigens Äh, ein Radar, dass du sehen kannst, wo sie ist Pfff Ja, gut Ja Okay Also, Ajax wusste ich eigentlich schon die ganze Zeit an diese Vermutung, aber ich war mir nicht hundertprozent sicher Was macht ihr hier? Teddy, das war ein Fies, ne Mit dem Satz, die ich einfach mal so... Was macht ihr hier? Ich warte, ich wurde getötet in der... Mit dem Satz, ich weiß, das war ich Ah, Mann Du bist mit dem Satz gekappt worden Das war gemein, ey Du standst mir so schön im Pilz Da konnte ich nicht anders Ich wollte grad... Gerade wollte ich noch sagen, Chris Gold ist safe, toll Kannst du doch... Dann war nichts mehr Das war aber auch passend, so mitten im Satz Und das ist kein Aua Du hättest nämlich die Leute gemacht Ja, ich hab geschaut, ey Verstehst du dir, Mann Oh, okay, sorry, sorry, sorry Warte, ich hol ihn wieder Ich bin dafür... Hab nur noch 50 HP dafür Oh, sorry Was soll das? Waaah Alter, hast du das gesehen? Ja, ich bin fast tot, ey Er ist hier jetzt noch nicht wiederbelebt Boah Da wandeliert schon jemand Oh Atta Boom könnte Trader sein Nein, ich hab wieder mal den Weg gehabt Ich geh gerade dafür fest Das heißt, er könnte das Der ist auch ne tote Leiche Könnte es auch trotzdem Trader sein Hab ich mal gesagt Ich hätte bewegengeleckt Ich konnte mich gar nicht bewegen Warte, dass er... Doch, hat er einen Defi dabei? Ne, hat er nicht Schade Zumindest finde ich gerade keinen... Sorry Leute, ich wollte... Ich hab einen, ich hab einen Ich hab einen, ich hab einen Ja, dann rest mal bitte Hmhm Dann rest mal den Dete wenigstens Atta? Ja? Kann ich noch mit einsteigen? Ja klar Ja klar Dann hol ich mal den Trader wieder Äh, den Trader wieder, den Dete wieder Alles klar Den Darkdata ist Doppel-Trader Bist du jetzt... Bist du jetzt D-Taddy? Boah, Alter, Chris Gold, du bist ja echt ein Penner Warte, was ist das? Warte, was ist das? Das ist unten im Chat Und es stand unten im Chat, dass jetzt Taddy ein Traitor ist Und du fragst ihn, ob er jetzt noch Dete ist Ja, mein Gott, ich spiele jetzt die erste Runde mit euch Deswegen... Aber ich wurde auch... Mein Traitor hat mich mal geballert Stevie hat mich weggeballert Ich weiß, aber ich hab noch gesehen Wie du den Friendship abgeschossen hast Ich hab's noch gesehen Ich wollte dich... Deswegen kam ja noch ein... Aber keiner hat es gereist Wo sind eigentlich die anderen alle gewesen? Ich hab sonst niemanden mehr gesehen Die waren tot Echt? Warst du der Letzte? Atta? Nein Ja, also da waren nicht alle tot Wir waren zu viert Es waren ähm... Hoppala Ach, Hoppala Weißt du nicht mehr, wir waren mal zu hinterfällig Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das eben war Earthquake, glaub ich, ne? Ne, der war gleich am Anfang tot Ne, Chris... Chris mit seiner typischen Double Barrel Boah, das hat mich ganz schön genervt Das Video mit der Double Barrel weggenutzt Ich wollte dich eigentlich noch, weil ich gesehen hatte Wie du den Friendship abgeschossen hattest Der Dieter hat seinen Spaß Weil ich dich halt so schnell nicht mehr sehen konnte Du bist ja schnell weg... Aber so... So einfach abgehauen Achso... Achso... Da hinten Ich verkügel mich jetzt mal Aber anstatt dass ich nicht sofort Atta sagt Nein, ich bin so dämlich Und renn in deine Richtung Er fiegt denn hier Oh, er ist mal runtergefallen Ey, take das hat Flyhacks Ja, richtig Alter, du musst da jemanden bannen, da hat jemanden Flyhacks Er hat Flyhacks Uah Uah Gut aus Ups Hier raus Meine Welt braucht nicht Tschüss Leute Meine Welt braucht dich Du willst doch nur die Welt retten Ne, will ich nicht Ich bin am liebsten So, wer läuft da hinten? Stevie, du kriegst für mir eine Plasma geschenkt, okay? Die will ich aber nicht angekleben haben, weil das gibt Schaden Chris hat geschossen Ich hab nix abgekriegt Schade Schade, sagt er Damit ist Skrull schonmal für mich ein Verdächtiger Stevie, ich hab dich gerade abgeschossen Ja, das hab ich mir schon fast gedacht Du bist für mich ein Verdächtiger gerade, ne? Die wird geschossen Wenn ich tot bin, ist es Queen Au Alles klar Egal, wer mich killt, wenn ich tot bin, ist es grundsätzlich Skrull Wenn sie fest sind, ist es tot geschossen oder was? Was, warum ich nicht Dete? Da ist aber keiner Das ist mir doch scheißegal Du bist es einfach Wenn ich nach null Lebensdruck bin, bin ich tot Komm schon, da geht's dir nicht Echt, Alter? Das ist true wahrscheinlich Wo ist der Dete? So true Der Dete ist da, wo er sich immer aufhält Er sollte sich mit mich wohl heilen Irgendwann an der Decke Warum sollte er sich heilen? Mich heilen Mich heilen Achso, ja, du bist nicht trustworthy Ja, hab ich's doch gesagt Ich hab dich gefragt Muss ich echt ernsthaft überleben, ob ich das wirklich machen sollte Bitte Bei mir hilft Quengel nicht Bitte, 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 bitte Hi Rex, hau zu pushen Mann, wie ist es gut, du willst denn hier rein, Mann? Hast du irgendwelche Probleme? Hi Rex Ich kann, ich versuch dir zu helfen, komm her Erzähl mir deine Probleme Erzähl mir deine Probleme Welche Waffe Die MP5 Navy Die MP5 Navy Aber ich hab's Traitor und ich töte dich Welche? Die MP5 Navy Kommt doch gar nicht Alter Alles ist klar, oben bei mir Moment, okay Hier bitte Ja Bleib mal auf dem Ich rutschen Ich hab mich nur geschobst Ich hab mich nur geschobst Ja, ja, ja Ich hab' jetzt heiß Nein Nein Nö, ist normal Chris Die einzige Meldung, die du bekommst, ist wenn er Puhle schließt, aber sonst Du bist Ey, jetzt hab ich dich alleine Ey, wüsst du Atta, ja, Atta Kann er? Kann er jemand Atta? Erics oder so? Nein, Atta, warum? Lass mich in Ruhe, Atta Hab dir nichts getan Krober ihn, Atta Krober ihn Krober ihn Anweisung Detek, soll ich krobern Habe ich gemacht Was? Hast du denn noch Schaden gekriegt, hä? Ja Weil er sich steht beim Hupen voll auf Helfe Wo ist der Detek überhaupt? Der Detek ist stealthy Also ich weiß, wo er ist Stevie ist ja auch noch ziemlich hurt Achso, mach auf hier, Atta mach doch mal auf Ich will gucken Das war der, das war Detek Willkür, der hat mich einmal angeschossen Atta, ich möchte bitte, dass du Stevie schlägst mit der Krober, weil der gelogen hat gerade Hey, wer schießt die auf mich? Danke Wer hat mich einmal kurz angeschossen, weil ich jetzt nur noch 61 HP habe, weil Ja, warum nicht? Das war hier Atta, aber Atta Ich hab's genau gesehen Ich hab ihn doch geschubst Nein, ich bekam den Schaden, bevor er mit der Krober gehauen hat Ich bekam den Schaden davor Oh, oh, sorry Wer ist das nicht? Wer ist das nicht? Also, Mila Die ist runtergefallen Ja, ich bin runtergefallen Ja, ich bin runtergefallen Verschwinde von Also, Leute, ich will ja nicht sagen, der Trader hat noch 2 Minuten circa Zeit Ich bin gerade wie sonst Worar weißt du das so genau? Ich bin D-Theater, what the fuck? Weil ich das weiß Oh, 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 oh Weil du 2 Minuten extra Zeit haben IREX, 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 IREX Innocence können Leichen aufhängen Wer war jetzt Traitor, Leute? Ja, ich war's Wer ist, ich? Warte mal, IREX Dafür hab ich jetzt Karma von uns gekriegt, weil ich das nicht wusste IREX Mein Jack, Queen und IREX Also, ich mich auch Ich krieg dafür Karma von uns, weil ich's nicht weiß, das ist geil Ihr seid einfach die ganze Zeit aufm Haufen Also, ich nicht Gib mir meine Waffe Immer 3 Traitor, oder? Ja, bei der Menge scheinbar schon Hat jemand ne wunderschöne Sniper für mich? Ich bin D-Theater Ja, hab ich, willst du sie haben? Ja Und wenn ich sie aus meinen Händen reißen muss, Atabu Atabu Alter Was sollte das denn? Du hast doch überhaupt keine, du hast doch überhaupt keine Sniper Ich hab grad reingeschmissen Wo? Hier, hier hab ich's an der Hand Ey, du hast sie nicht in der Hand Ja, ich kill jetzt mal gar keinen, weil mein Karma ist scheiße Das ist keine Sniper Ja, natürlich ist das ein Sniper Eigentlich so ne richtige Sniper, oder? So ne Bob-Sniper 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 passt zu nem Bob-Squad Nee, ist auch keiner Guckt mal bitte, wer an der Rutsche ist, der ist T Warum? Wegen dem Geräusch Wegen dem Geräusch Hast gebürbt Nicht gehört? Ich hab nicht wirklich zugehört, entschuldige Gibt nen Unterschied, wenn Inno rutscht und wenn T rutscht Okay, ich weiß wer, ich weiß ein Traitor, Leute, ich muss nur kurz gucken wie er heißt Moment Irax Nee, was? Ich, ich zweimal ein Vollkommen Ey, was wie? Warum schießt du auf mich? Atta, was? Es sei denn du bist es Hallo? Da ist jemand tot Alles klar. Also Kazumila, Kazumila oder wie auch immer, ist free. Wie gesagt, du kannst auch nur Katsu sagen. Katsu, okay, gut. Also Katsu ist safe. Das Ding will ich nicht sagen. Warum hast du das verschossen? Das wäre gut gewesen gegen die Traitor. Das Ding ist leer. Nee, es hat noch einen Schuss, der Quaker. Ach, cool. Oh, mein Jack, komm mal bitte mit. Also Leute, ich hab einen Quaker in der Hand. Hast du einen Schenkstück gewissen, oder? Ich versuche jetzt was. Und dabei gehe ich sehr, sehr wahrscheinlich drauf. Aber ich versuche es trotzdem. Danny, komm mal her. Hey, Danny. Hey, Danny. Drück mal. Drück mal. Los, drück mal. Drück mal. Danny ist wiederbelebt. Irex. Drück mal. Nein, warte mal. Oh, da hat jemand diese komischen Viecher losgelassen. Wir hatten die klein nochmal. Mein Hex. Mein Hex. Ja, dankeschön. Ja, die hat er an der losgelassen. Nein, ich sehe sehr. Und treiben die sich dann rum. Dann machen wir die mal schnell weg. Da hinten. Oh, da fliegt er noch. Ja, und eins. Ja, die Galle, das ist eine schöne Waffe. Ich muss nur nachholz die Welt schrecken. Chris Gold, warum bist du hurt? Dann komm ich zu dir. Chris Gold, warum bist du hurt? Lange schon, mein Chip. Chris, ich kann dir nicht trusten. Ich glaube, ich muss dich töten. Ja, dann tust du. Und ich bin auf dem Tee-Dach. Ach. Ah ja, der alte Weg funktioniert immer noch. Nein! Da schießt jemand. Ja, Chris. Ich bin gestorben. Ah, ich treffe dich nicht auf die Ratsch. Dann darfst du nicht mehr reden. Ich habe magische Kräfte, ich darf das. Nein. Ich protestiere dafür. Wow. Alles safe. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ah, danke. Ich brauche auf jeden Fall Munition. Was hast du, was willst du denn für eine Waffe haben? Ich habe noch eine Galil ohne Dulbarretters mit voller Munition. Nein, danke. Beim Turm liegt eine unidentifizierte Leiche. Ich hätte so Lust, jetzt einfach quer über die Mabel auf Chris, den Quaker zu schießen. Meine Frage ist, wer lebt alles noch oft? Queen, es ist. Die hat auf mich geschossen, ist aber fast down. Ich habe hier ziemlich viel Damage gemacht. Ist weggerannt, ist jetzt bei den Kabinen, Leute. Ist sie jetzt gestorben? Nee. Ich habe gerade ein U gehört, irgendwie. Doch, sie ist gestorben. Sie geht Richtung Haupteingang. Oh, Chris. Sie hat Chris mitgenommen, alles klar. Ja, Chris, es ist dumm gelaufen. Ich stecke hinten in den Kabinen. Da hinten. Einer von euch ist gleich bei ihr. Ja, das bin ich. So viel zum Thema Tote Quatschen nicht, ne? Ich lebe. Dann können wir das ja auch, Freunde, machen. Ich lebe und ich bin auf dem Dach, Freunde. Da sieht man alles. Lügner. Achso, ja, ich lüge. Na, lebt doch noch. Äh, 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 äh. Wenn der點 da hat, daumen nach oben. Dann schreibt wahrscheinlich die Kommentare. Vergesst nicht zu abonnieren. Und unten in der Beschreibung sind wahrscheinlich alle verlinkt. Und dann sagen wir einfach mal, bis zum nächsten Mal, dann tue Kulü. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.